Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe eine Umfrage gestartet, in der ich von euch wissen wollte, wie zufrieden ihr mit Content und Qualität auf meinem Kanal seid. Ihr habt abgestimmt und das Ergebnis besprechen wir jetzt. Ja, liebe Freunde, dieses Video fällt wohl etwas aus dem Rahmen. Das heißt, es wird in keiner Playlist zu finden sein und irgendwann in den tiefen Weiten meiner Videos sozusagen verschwinden und verschollen gehen. Aber für den Moment ist dieses Video, denke ich, ganz wichtig. Im Prinzip ist es so, ich mache einmal im Halbjahr eine Umfrage, wo ich einfach den aktiven Teil meiner Abonnenten frage. Wie findet ihr die Videos? Habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Bisher haben wir so ein Video nicht gebracht, denn die Ergebnisse waren bisher immer absolut zufriedenstellend. Immer 70, 80, teilweise sogar 90% haben immer gesagt, der Kanal ist top, gibt nichts zu verbessern. Ein ganz kleiner Teil meinte immer, der Kanal sei okay und eigentlich maximal 2% pro Umfrage meinte vielleicht, dass der Kanal jetzt nicht mehr so toll ist, wie er früher war oder dass sie sich etwas anderes erhofft haben. Das hat sich jetzt allerdings geändert, denn die Umfrage ist zwar im Allgemeinen noch ganz zufriedenstellend, aber im Verhältnis zu den vorherigen Umfragen absolut verheerend ausgegangen. Ja, also wirklich, das ist ein Absturz, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr seht es ja schon eingeblendet. Und der Grund, warum ich dieses Video jetzt schon bringe, beziehungsweise die Umfrage jetzt schon bringe, die letzte Umfrage ist ungefähr drei Monate her, ist der, dass ich mir selber ein paar Gedanken gemacht habe. Und zwar habe ich in letzter Zeit einfach relativ viele Spenden-Openings gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht empfindet das der ein oder andere als, ich sage mal, nervend. Ja, so würde es mir zum Beispiel als Zuschauer gehen, aber vielleicht gefällt es den Leuten ja auch genauso. Und um zu gucken, wie ich jetzt da weitermachen soll, weil ich habe tatsächlich noch einige Spendenvideos vorgedreht und quasi schon hochgeladen, die warten eigentlich nur noch auf die Freischaltung, wollte ich eben diese Umfrage gestalten, um zu sehen, wie die Leute reagieren und vor allen Dingen, was die Leute dazu sagen. Ich habe auch in meinem Beitrag explizit gesagt, wenn ihr eine Bewertung negativerer Art habt, zum Beispiel, dass der Kanal nur okay ist, dann seid ihr zwar noch zufrieden, aber es gibt da dann trotzdem Kritikpunkte. Oder ihr nicht mehr so zufrieden seid, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Es haben 150 Leute abgestimmt, 38% empfanden den Kanal als ganz okay und 10% als schlecht und es haben nur 11 Leute kommentiert. Das ist natürlich wieder, ich weiß nicht, was so schwer daran ist, eine Zeile zu schreiben, wo das Problem liegt. Es ist dementsprechend wieder relativ mau, was so die Resonanz angeht, die schriftliche Resonanz. Das heißt, ich muss jetzt halt mit den 11 Leuten arbeiten, die hier kommentiert haben. Wir werden uns auch gleich die ganzen Kommentare durchgucken und ich werde jeden einzelnen Kommentar beantworten, aber wir gucken uns jetzt nochmal ganz von vorne die Umfrage an und wie sie gelaufen ist. Wie bereits gesagt, die vorherigen Umfragen waren immer relativ gut. 70, 80, teilweise 90% waren immer absolut zufrieden. Das sind jetzt nur noch 52%, also knapp über die Hälfte der aktiven Zuschauer. Also man muss natürlich sagen, 150 Stimmen von 2500 Zuschauern ist ja nichts. Das ist, glaube ich, unter 3%, wenn mich nicht alles täuscht, oder unter 4%. Aber wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel auf die aktuellen Zuschauer rechnet, weil meine Videos haben ja, wenn sie normal laufen, standardmäßig laufen, 5-6% Aufrufe, dann sind wir schon bei, ich sage mal, 25-26%, wenn nicht gar 30%. Das ist bloß ein Schätzwert. Und damit kann man dann natürlich schon wesentlich mehr arbeiten. So, jetzt haben wir also die Umfrage gewertet. Nochmal 52% sind absolut zufrieden. 38% sagen, der Kanal ist ganz okay. Und 10% ist bisher der höchste Wert, sagen, sie sind mit dem Kanal nicht mehr zufrieden. Und da habe ich mir schon gedacht, oh oh, da kann irgendwas nicht wirklich stimmen. Und das hat sich dann auch in den Kommentaren niedergeschlagen. Und die Kommentare werden wir jetzt einzeln durchgehen. Und die werden auch einzeln ganz genau von mir beantwortet. Christian schreibt, eigentlich ganz nice, aber ich vermisse ein bisschen die Neuzugänge. Dürften auch OCG-Karten dabei sein. Da kann ich dich beruhigen, lieber Christian, es sind gerade zwei Folgen abgedreht worden. Also der Rohschnitt, die Close-Ups bzw. Beauty-Shots, die müssen noch vollkommen gedreht werden. Das Video muss noch geschnitten werden, überarbeitet werden. Also ich habe bisher nur das Rohmaterial gedreht von diesen beiden Folgen. Eine geplante Folge musste ich ausfallen lassen. Das war eigentlich eine Folge, wo ich mir halt ein bisschen Ignition Assaults da vorangeholt habe. Aber das empfinde ich jetzt gerade nicht als so relevant. Und dann kommt auch noch eine richtig, richtig schöne OCG-Folge. Da warte ich aber noch auf Karten, die aktuell beim Zoll oder bei der Post liegen. Ich habe das über den Felix bestellt. Der hat aber gemeint, die Post hätte gesagt, es kommt diese Woche. Also wer weiß. Aber sei beruhigt, da kommt auf jeden Fall einiges. Und auch, ich glaube, letzte Woche kam eine ganz, ganz tolle Folge. Oder sogar zwei, wenn mich nicht alles... Ne, ne, eine kam erst. Die andere ist noch gar nicht hochgeladen worden. Also eine Folge kam auf jeden Fall. Und damit komme ich ja auch noch was von Rising Time, wenn mich nicht alles täuscht. Das wird auch nochmal eine schöne Folge neu zu gehen. Also da kommen in nächster Zeit wieder wirklich einige schöne Sachen auf dich zu. Dann haben wir den nächsten Kommentator. Was? Atizor Knsgmrk. Okay, kann kein Mensch aussprechen. Es sind mir persönlich deutlich zu viele Spendenvideos. Und da muss ich natürlich gleich einhaken. Denn das war ja ursprünglich auch der Beweggrund, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht nervt es ja die Zuschauer. Das hat man auch an den Aufrufzahlen gemerkt. Die Aufrufzahlen sind wirklich pro Video immer weiter abgesunken. Ich glaube, das letzte Spendenvideo, also ich muss mal wieder gucken, wie viel es aktuell hat. Aber als ich das letzte Mal nachgesehen habe, hat das glaube ich 200, bis ich aufrufe. Das ist selbst für meine Verhältnisse mittlerweile richtig, richtig schlecht. Und ja, da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht. Deswegen habe ich diese Umfrage auch schon vorgezogen. Weil sonst hätte ich jetzt drei Monate so weiter gemacht. Das hätte mich Abonnenten gekostet. Hat es mich auch schon. Ich habe aktuell 2.467. Vor drei Tagen hatte ich noch über 70 quasi. 75, also 1.275. Also das sind wirklich krass viele Abonnenten abgesprungen auch. Für meine Verhältnisse, sage ich mal. In der kurzen Zeit, zehn Stück ungefähr. Das ist schon die Hausnummer, ne? Und ja, das wie bereits gesagt, da bin ich auch voll bei dir. Wenn ich jetzt mein Abonnent wäre sozusagen, das würde mich auch nerven. Und das müssen wir auf jeden Fall ändern. Da kommen wir aber am Ende nochmal zu. Da unterbreite ich dann vielleicht mal den einen oder anderen Lösungsvorschlag. Wird dann aber im Endeffekt nochmal als eigener Community-Beitrag in die Abstimmung gehen. Dann haben wir Marshall666. Er schreibt, ich würde mir wünschen, dass du mal vielleicht ein paar Videos machst. Nur zu bestimmten Themen und aus diesen ein paar Karten vorstellst. Beispielsweise nur Vanilla, Ritual, Synchroexis, Link und so weiter. Oder Deckthemen, Blue Eyes, Black Luster, Stardust und so weiter. Oder Rankinglisten deiner Lieblings-Hass-Artworks. Mir persönlich sind die aktuellen Videos einfach zu unstrukturiert. Denn gefühlt sieht man immer dasselbe durcheinander gewürfelte Karten. Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, ist eine super Idee. Ist wirklich eine klasse Idee mit diesen Videos, die halt Themen oder einzelne Deckthemen bearbeiten. Warum nicht? Das lässt sich umsetzen. Ist kein Problem. Das werde ich wohl auch zeitnah mal mit einer Sache probieren. Vielleicht fange ich mal mit den alten Kriegern an. Die finde ich nämlich aktuell richtig, richtig cool. Das ist kein Thema. Sowas hätte ich mir zum Beispiel bei dem Beitrag vor drei Monaten gewünscht. Vor drei Monaten habe ich einen Beitrag geschalten und habe gesagt, Leute, habt ihr Ideen für ein neues Format vielleicht? Oder irgendwelche, zum Beispiel für die Sammelkarten-Checks, was man machen könnte? Resonanz war halt wieder null. Ich hatte genau sechs Kommentare und davon war genau einer zu gebrauchen. Ja, und der ist im Prinzip auch nur mit einer Idee konform gegangen, die ich ohnehin schon hatte. Ja, also das Problem ist halt, ich gebe als einer der wenigen Yugi-Tuber, sage ich mal, tatsächlich so meinen Abonnenten immer mal wieder die Möglichkeit, den Kanal selbst mitzugestalten. Diese Möglichkeit wird in den seltensten Fällen genutzt und dann wird sich darüber beschwert, wenn es nicht so läuft, wie Sie sich vorstellen. Ja, und das ist halt schon eine gewisse Problematik. Da muss ich natürlich auch mich an euch richten und sagen, ihr müsst halt, wenn ihr so einen Beitrag seht, einfach mal euch die Mühe machen, einen Satz zu schreiben. Es ist ein Satz. Ihr müsst keine Memoiren schreiben. Es ist ein Satz. Ja, bestehen aus ein paar simplen Wörtern. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Und dann der nächste Teil, genau, Ranking-Listen, zum Beispiel Lieblings- oder Hass-Artworks. Das würde zum Beispiel gar nicht funktionieren, weil ich habe so viele Artworks, die ich liebe. Also, das würde gar nicht gehen. Da würde ich mit 50 gar nicht auskommen. Also, ich mag ja die meisten Yu-Gi-Oh! Karten. Es gibt nur ganz wenige, die ich nicht mag. Das heißt, eine Hass-Ranking-Liste würde schon gehen. Aber wir wollen ja nicht zu negativ sein. Und es ist im Prinzip auch so, dass ich kein Ranking-Typ bin. Also, diese ganzen Top-Ten und so weiter, das sind so Creep-Fan-Sachen. Da bin ich nicht der Typ für. Wenn du solche Videos magst, dann musst du dich leider an einen Creep-Fan wenden. Und das ist halt wirklich nichts, was auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Einfach, weil es auch überhaupt nicht mit dem Inhalt meines Kanals konform geht. Der Kanal ist im Prinzip eine PR-Plattform für mein Projekt House of Cards für die Ausstellung. Der Kern dieses Kanals sind Mega-Openings und Neuzugänge. Und Nebenformate sind halt einfach so Sachen wie Expensive Legacy oder auch das immer noch in Bearbeitung befindliche Format Epic Pictures und so weiter. Aber sowas wird es bei mir halt nicht geben. Wer schreibt da noch mir persönlich, sind die ganzen aktuellen Videos einfach zu unstrukturiert? Denn gefühlt sieht man immer nur dasselbe durcheinandergewürfelte Karten. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Im Endeffekt, klar, wenn ich jetzt das umsetze, wie er das so oben gesagt hat, wie er sich das wünscht, was ich auch tun werde, relativ zeitnah, dann ist das auch relativ strukturiert, sage ich mal. Allerdings ist, wie bereits gesagt, der Kern dieses Kanals sind Sammlungs-Openings und sind Neuzugänge. Natürlich sind das durcheinandergewürfelte Karten. Da muss ich an der Stelle auch sagen, das war so, ist so und wird auch immer so bleiben. Ja, das, das, wie soll ich das sonst anderweitig großartig kommentieren? Es sind halt einfach durcheinandergewürfelte Karten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass etwas unstrukturiert wäre. Die Videos an sich sind sogar äußerst strukturiert aufgebaut. Ich habe meine Abläufe, wie ich das mache, welche Karten jetzt in den Sammlungen drin sind. Da habe ich ja keine Handhabe drüber. Es sei denn, es sind Neuzugänge, weil die Karten kaufe ich mir natürlich gezielt ran. Wenn sich diese Videos natürlich nicht so anprickeln, sage ich mal, dann musst du die halt einfach auslassen an der Stelle und dann eben auf die Sammelkartenchecks warten, weil die sind ja meistens wesentlich themenbasierter und wesentlich strukturierter als der Rest. Gut, dann kommen wir zum nächsten Kommentar von Sao Meister. Er ist ein relativ aktiver Zuschauer. Wir haben auch letztens seine Sammlung kommentiert. Und ho, der schreibt ja eine ganze Menge. Hier steht, da ich hier lese, dass die Spendenvideos für den einen oder anderen so viel sind, könnte Haus ja aus dem gesamten Spenden ein langes Video erstellen, die einmal im Monat kommen, sozusagen mehrere Parts, beispielsweise wenn jetzt Spender A vorgestellt wird, anschließend Spender B und danach Spender C. Vielleicht, dass man den Namen dennoch an der Seite einblendet, von denjenigen Spender A bis Spender B dran ist. Denn man genau weiß die ganze Zeit des Videos, wer nun was gespendet hat. War das Deutsch? Naja, egal. Auf jeden Fall. Und wer Haus lange schauen möchte und was braucht, um seine Zeit zu vertreiben, der kann sich denn Stunden anschauen. Hat zwar ebenfalls seine Nachteile, aber so werden diejenigen, denen es nicht gefällt, auch nicht überhäuft mit den Videos. Und Haus kann trotz dessen jeden Spender in seinen Videos für seine Großzügigkeit danken und auch zugleich ein paar kleine Spenden, die man durchaus nicht zu Gesicht bekommt, ebenfalls einen Platz in seinem Video verschaffen. Das ist ein Kommentar, den würde ich gerne überspringen, denn darauf werde ich dann am Ende nochmal eingehen, wenn wir uns über alternative Upload-Möglichkeiten bezüglich der Spendenvideos unterhalten, beziehungsweise wenn wir darüber sprechen, wie wir das im Allgemeinen in Zukunft damit handhaben wollen. Der nächste Kommentar ist von Amix420. Viel zu viele Spendenvideos. Ich weiß, dass die Spender einen super Beitrag leisten und man auch Dankbarkeit zeigen sollte bei diesen echt nicen Spenden. Aber mein Geschmack trifft es nicht. Ja, das ist ein relativ konstruktiver Kommentar, gepaart mit einer sehr, sehr subjektiven Meinung. Finde ich cool. Und da bin ich auch vollkommen fein mit. Wie gesagt, es sind wirklich viele Spendenvideos gewesen. Es waren in drei Wochen sechs Stück. Das ist schon verhältnismäßig viel, wobei ich sagen muss, das Problem ist eigentlich nicht, dass es sechs Stück waren, sondern dass halt wirklich fast nichts dazwischen geworfen wurde. Ich glaube insgesamt, was kam dazwischen? Eine kommentierte Sammlung, zwei Sammelkartenchecks und ich glaube eine Neuzugängenfolge. Also vier Videos, die vielleicht dazwischen waren. Das ist vielleicht ein bisschen wenig gewesen. Das heißt, die Videos sind halt einfach zu eng aneinander gewesen. Da bin ich vollkommen, also stehe ich absolut hinter der Aussage. Dementsprechend können wir die an der Stelle auch relativ unkommentiert abhaken, weil ich dazu einfach nur Amen sagen kann. Dann haben wir Richard Bacca, der schreibt, finde deinen Kanal klasse. Ich sage Dankeschön. Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Kommentar, nämlich zu Heftum. Er schreibt, ich tendiere zwischen der ersten und der zweiten Auswahlmöglichkeit hin und her. Ich mag viele deiner Videos aufgrund ihres Bezugs zu sehr alten Karten und der auf mich detailreich und liebevoll wirkenden Struktur sehr gerne. Andererseits könnte der Bezug nach meinem Geschmack noch stärker auf alten Karten liegen. Der Vorzug Karten aus dem früheren OCG im ursprünglichen Layout. Hier ist es natürlich so, auch schöner konstruktiver Kommentar, schöne konstruktive Kritik. Das Problem ist, mein Kanal, meine Sammlung, meine Ausstellung, die beschäftigt sich nicht nur mit Oldschool-Karten, die beschäftigt sich natürlich auch mit neueren Karten. Und es ist halt einfach speziell in den letzten Jahren so gewesen, wenn man sich mal die Videos von vor zwei, drei Jahren anschaut, da war halt nur Oldschool, 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 nur Oldschool. Teure Erstauflagen, teure Oldschool-Sammlung, Oldschool, Oldschool. Es war nur Oldschool. Ab und zu mal was Neues zwischendrin, was Modernes, aber das hat sich wirklich, wirklich hart in Grenzen gehalten. Und jetzt ist halt einfach mal eine Zeit gekommen, wo ich sage, jetzt kommt halt mal etwas Neueres dran. Das Problem bei dem Neuen ist halt nur, dass es halt noch nicht den Nimbus des Besonderen hat, weil es einfach neu ist und der Markt dementsprechend gesättigt ist. Das einzig aktuell wirklich Beeindruckende sind die Starlight Rares. Ja, die sind richtig, richtig wertvoll. Vielleicht auch die ein oder andere spielbare Karte, die aber auch nur temporär, bis wieder Reprints kommen oder bis die Karte nicht mehr spielbar ist. Und ansonsten ist eigentlich jede Karte vollkommen, egal ob sie aus dem Original-Set in First ist, ob sie aus dem Reprint-Set ist oder aus dem Only-Holo-Set. Es ist in der Regel einfach bulk. Die neue Zeit, also hier von teilweise Sechsel, ja gut, Sechsel nicht, aber sagen wir mal von Arc 5 bis jetzt, ist halt einfach alles bulk. Ja, das ist einfach so. 90% der Karten sind wertlos aktuell. Und das langweilt die Leute natürlich auch teilweise. Und speziell, wenn man jetzt Retro-Fan ist, ist das für die jeweiligen Personen noch schlimmer, weil wie bereits gesagt, ich behandle jetzt halt aktuell eher so die moderne Zeit, weil die sich dann natürlich ein bisschen vernachlässigt fühlen. Natürlich kommen auch noch Videos mit älteren Karten, ja, zum Beispiel letzte Folge Neuzugänge, war auch cool, Magermädchen aus den Sneak-Pick-Promos, richtig schön gewesen. Aber das hält sich natürlich aktuell in Grenzen. Das stimmt schon, da bin ich auch voll bei dir. Aber du musst natürlich auch verstehen, dass ich nicht nur Oldschool machen kann. Ja, das geht einfach nicht. Das wäre halt einfach entgegen dem Projekt, weil mein Projekt natürlich auch deshalb besteht, weil ich ja eben will, dass die Leute über den Tellerrand hinausschauen. Sie sollen nicht nur die Spielbarkeit von Karten sehen, sie sollen nicht nur ihre Retro-Brille tragen. Ich will den Leuten natürlich auch zeigen, dass auch Modernes schön aussehen kann, auch wenn man damit nicht so viel verbindet, wie mit den alten Karten, weil man natürlich nicht mit diesen Karten aufgewachsen ist. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wärst du jetzt mit Link-Monster-Karten aufgewachsen. Nehmen wir mal an, diese Karten wären zuerst da gewesen. Zuerst wäre Reigns gekommen und jetzt würde Duel-Monster kommen. Da würdest du sagen, du würdest gerne wieder Link-Monster sehen, weil die Duel-Monster-Karten, die sind ja so lieblos und detaillos gezeichnet. Es ist halt immer ein großer Teil, spielt aber einfach eine Rolle, was man als Kind erlebt hat, was einen geprägt hat. Und das gefällt einem immer mehr. Und deswegen kann ich das auch verstehen. Ich bin auch mit Duel-Monster und GX aufgewachsen. Und ich werde diese Karten irgendwie, auch wenn ich objektiv sagen muss, dass viele der heutigen Karten wesentlich schöner sind als alte, aber ich muss einfach sagen, die werden immer wesentlich krasser in meinem Herzen sein als andere Karten, als modernere Karten. Und da kann Konami gar nichts dafür. Das ist halt einfach so. Deshalb sage ich, halte die Zeit aus. Das wird dieses und nächstes Jahr noch so weitergehen. Aber es werden wieder Zeiten kommen, wo wieder Oldschool definitiv stärker behandelt wird und wo wir wieder zurück zu diesem ganzen Oldschool-Krempel kommen. Gar keine Frage. Es wird nicht so sein, dass wir jetzt nur noch neues Zeug behandeln. Da macht dir mal keine Sorgen. Aber es dauert natürlich ein bisschen, muss ich dir ganz klar sagen. Dann kommen wir zu Gummibärchen, Gummibärchen. Toller Name übrigens. Du könntest vielleicht mal wieder normale Display-Openings machen. Ja, Display-Openings war ein Format, das ich ursprünglich nie einführen wollte. Dieses Format habe ich auch euch zu verdanken. Ihr habt mir zwei Jahre lang gesagt, macht doch Openings. Ihr wolltet das haben, ihr habt es bekommen. Aber unter einer Voraussetzung. Ich wollte nicht irgendwelche Random-Displays aufmachen, so wie jeder macht, oh, Ignis-Assault ist rausgekommen, jetzt müssen wir ein Ignis-Assault-Openings machen, sondern ich wollte besondere Openings machen. Natürlich sind auch Random-Openings drin, zum Beispiel Code of the Duelist oder so, ist aber auch schon wieder ein bisschen älter. Aber hauptsächlich sehr teure Sachen. Ich sage nur, vier Displays, Ancient Sanctuary. Das Video gibt über eine Stunde vier Displays. Das ist Oldschool-Feeling pur. Ein komplettes Display Special Editions Force of the Breaker. Ein komplettes Display an Strike of Neos Blister Editions aus USA, glaube ich sogar, oder aus England, irgendwie so. Solche Sachen. Tournament Pack 5, Turbo Pack Openings, massenweise. Alles sehr, sehr schöne, exklusive Sachen, die ich da gemacht habe. Und diese Sachen kriegt man natürlich nicht en masse her. Oder auch OCG-Sachen. Ich wollte auch entweder OCG-Sachen machen, zum Beispiel die Rarity Collection, habe ich auch aufgemacht. Da haben wir schöne Collectors Raires draus gezogen. So, das sind so ein bisschen besondere Openings, die es im deutschen Raum vielleicht noch nicht so häufig oder zumindest nicht in der Menge gibt. Und dementsprechend sind diese Openings auch immer tröpfle-weiß sozusagen oder stiegle-weiß, wie man so schön sagt, platziert. Aber ich kann nicht beruhigen, diese Woche, wahrscheinlich morgen, also heute sozusagen, wenn das Video online kommt, wird mich ein Paket erreichen. Da sind drei scheißgeile Displays drin, und zwar dreimal aus dem OCG. Die Rarity Collection 3 mit dem neuen Premium Gold Rare aus Japan. Das ist ein ultra geiles Set mit diesen ganzen alternativen Artworks vom dunklen Magermädchen, die Drachenritten und so weiter. Die machen wir dann natürlich relativ zeitnah auf. Dementsprechend kann ich dir da schon mal sagen, das wird fett. Kommen wir zu einem weiteren Kommentar von einem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Ich persönlich würde mich über mehr Videos freuen, vielleicht auch ein paar Videos, wo du zeigst, wie du deine Karten lagerst und so. Da muss ich sagen, diese Videos gibt es schon. Das sind etwas ältere Videos in den Sammelkarten-Check. Solltest du vielleicht mal nachgucken. Und an meiner Kartenlagerung, da ändert sich nicht viel. Das heißt, ich kann dazu keine Videos mehr bringen. Ich habe sie ja schon gemacht. Also da empfehle ich dir einfach mal, die älteren Videos anzugucken. Diese Videos sind bereits existent. Es ist teilweise so, ich sage normalerweise, wenn ich genügend Material da habe, alle zwei Tage ein Video sollte völlig ausreichen. Ich habe es früher so gemacht, dass ich wirklich jeden Tag ein Video hochgeladen habe. Hat sich aber herausgestellt, dass die Leute das nicht mögen, dass das denen zu viel ist, dass sie mir auch einige Abonnenten dann irgendwann abgehauen, weil sie sich zu gespammt gefühlt haben. Und ich muss sagen, mit dem Zwei-Tages-Takt fahre ich bisher tatsächlich am besten. Und wenn ich das im täglichen Rhythmus mache, nehme ich dem vorherigen Video auch meistens so ein bisschen die Aufmerksamkeit, da ein Video bei mir meistens über zwei Tage sehr aktiv geguckt wird, bevor dann die Views so nachlassen. Und dann kann ich wieder ein neues Video bringen. Also ich finde, das ist wirklich, so wie es bisher ist, ganz gut gelöst. Es ist konstruktive Kritik. Ich habe sie gehört, ich habe sie vernommen. Aber ich muss an der Stelle sagen, ich denke, so wie wir es bis jetzt machen, ist es eigentlich ganz gut. Dann schreibt Jules WNA. Gerne mehr zu OCG-Karten oder japanischen Exclusives. Empfehlungen für Karten für kleine Sammlungen sind super. Bitte keine Openings, davon gibt es genug. Und hier haben wir jetzt schon wieder dieses Kontroverse. Er schreibt jetzt bitte keine Openings. Wie bereits gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. Openings wird es natürlich weiterhin geben. Das ist gar keine Frage. Die Mehrheit der Leute wollen das. Sie haben mich zwei Jahre lang beackert, dass ich das Format überhaupt einführe. Und jetzt haben wir es halt. Zu den OCG-Karten kann ich dir sagen, auch da wird wieder einiges kommen. Das Problem ist, ich habe gerade keinen festen OCG-Händler. Das heißt, ich habe halt nicht mehr so viel OCG-Kram zurzeit am Start wie früher. Sobald ich wieder einen OCG-Händler habe, mit dem ich halbwegs gut zusammenarbeiten kann, wird sich das auch wieder ändern. Allerdings habe ich, wie bereits gesagt, habe ich ja schon angekündigt, eine OCG-Folge am Stizzl, die auch wirklich relativ krass wird. Und ich verspreche dir, ich zeige dir, das machen wir jetzt so. Also ich hatte eigentlich Karten bestellt, die wollte ich eigentlich nicht veröffentlichen. Es gibt ja gewisse Karten, die ich auf YouTube nicht zeige. Dazu gehören zum Beispiel diese ganzen teuren Preiskarten, die über 10.000 Euro kosten usw. oder auch die Cybersteine. Warum das so ist, kann ich mal in einem anderen Video erklären, beziehungsweise habe ich schon mal erklärt, aber ich kann es ja gerne nochmal machen, wenn die Leute es wieder vergessen haben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es einige Karten gibt, die ich halt nicht zeige und die gehören dazu. Aber ich mache eine Ausnahme, diese drei oder vier Karten, die ich mir da besorgt habe, die werde ich auch noch extra in diese Folge beilegen, so als kleines Zuckerle, weil die Karten an sich gibt es zwar auch im TCG, aber so sind sie tatsächlich OCG-Exklusiv. Ja, dann kommen wir zu dem letzten Kommentar und das ist auch der einzige, wo ich so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss. Denn BenZH schreibt, finde, dir fehlt im Moment etwas der Plan. Du nimmst jetzt sogar mehr als 9 Exemplare pro Karte und es wirkt so, als hättest du nicht wirklich eine Idee, wie das mit der Ausstellung noch funktionieren soll. Kommst du überhaupt schneller an die Karten, als neu released werden? Erstmal zur Frage, nein, nein, komme ich nicht. Und jetzt zum Kommentar. Der Kommentar ist meiner Meinung nach relativ am Ziel vorbeigeschossen, beziehungsweise an der Umfrage vorbeigeschossen, weil ich will ja wissen, wie der Content gefällt, ob die Videoqualität und der Inhalt passt, ob ich jetzt 9 Exemplare sammle oder 20 Exemplare und ob ich einen Plan habe, wie die Ausstellung funktionieren soll oder nicht, das hat ja keinen Einfluss auf die Videos und auch keinen Einfluss auf die Qualität, was die Technik angeht. Also das ist, muss ich sagen, da, dem kann ich irgendwie nur mit ein bisschen Achselzucken begegnen, weil es ist halt einfach komplett an der Frage vorbei, dass es eine Antwort, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, so an sich. Ich meine, dich als Abonnenten sollte es eigentlich am allerwenigsten interessieren, wie ich sammle. Alles, was einen Abonnenten eigentlich interessieren sollte, ist, unterhält mich das Video und finde ich es qualitativ okay. Oder natürlich wird die Ausstellung funktionieren oder halt nicht. Klar, ihr wollt ja dann wahrscheinlich auch die Ausstellung besuchen und da bin ich mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg dahin, zumindest was die Karten angeht und bin natürlich am Planen. Da gibt es auch einen Plan. Also Planlosigkeit da, wenn du das so empfindest, ist bedauerlicherweise ein Irrtum. Also es ist tatsächlich sogar relativ durchdacht aktuell. Aber selbst wenn nicht, es hat ja nichts mit den Videos zu tun. Absolut gar nichts. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, wo ich mich so frage, so, hm, Sinn ergibt dich, du bist umstellt? Sozusagen. Das ist wirklich der einzige Kommentar, wo ich sage, okay, das ist für mich so ein bisschen, also wenig konstruktiv. Das wirkt auf mich halt eher wie eine Beschwerde sozusagen, die einfach so random ist quasi, ohne dass da jetzt wirklich Bezug auf meine Frage genommen wird. So, wir sind am Ende des Videos und jetzt kommen wir zu einem möglichen Lösungsvorschlag. Also ich habe relativ viele Spenden-Openings und das ist auch gut so. Ich mag Spenden-Openings. Die Karten, ich bekomme sie cool, aber ich kann natürlich verstehen, dass es die Leute nervt, wenn immer und immer wieder das gleiche Format released wird. Ich würde vorschlagen, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es so, wie Saumeister das gesagt hat, dass ich einmal im Monat ein ganz langes Video mache. Das kann dann aber auch drei Stunden gehen, Leute. Nur ich sage es nur. Deswegen bin ich da vielleicht eher weniger der Freund von. Oder ich führe einfach die Regelung ein, dass maximal zwei Spenden-Openings pro Monat released werden dürfen. Und das vielleicht dann auch gekoppelt mit normalen Openings, die gekauft wurden. Dass man dann insgesamt drei Videos hat. Vielleicht ein gekauftes pro Monat, zwei gespendete pro Monat oder umgekehrt, je nachdem, wie es halt gerade läuft. Das wäre meine Option, denn so haben wir genügend Platz für andere Videos, die wir dann dazwischen reinhauen können. Das Ganze ist besser verteilt und es fällt den Leuten nicht so auf beziehungsweise es geht ihnen nicht so auf den Nerven. Dazu werde ich aber allerdings nach diesem Video direkt noch einen Community-Beitrag schalten. Ihr dürft gerne fleißig kommentieren, was ihr von meinem Statement haltet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem weiteren regulären Video. Welches das sein wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe gerade einige Eisen im Feuer. Und keine Sorge, es wird kein gespendetes Mega-Openings. Wir sehen uns dann und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.